Wir hatten ja im letzten Video dieses kleine Programm geschrieben, was im Endeffekt den ganzen Bildschirm mit einem Texteingabe-Feld füllt. Und an sich soll das ganze Ding eben ein Notizenprogramm sein, wie ihr ja schon aus dem letzten Video wisst. Und wir wollen jetzt so weit kommen, dass wir eine Notiz eintippen können. Und dass wir diese Notiz dann auch behalten, wenn wir die Seite meinetwegen neu laden, weil das ist im Moment noch nicht so. Dafür müssen wir die Notiz, sobald sich irgendwas tut, am besten abspeichern. Und wenn die Seite neu geladen wird, sie eben aus dem Speicher abrufen und hier in das Texteingabe-Feld hineinsetzen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich wieder zwei Funktionen, denken sich die einen oder anderen. Und zwar eine zum Laden und eine zum Speichern von abgespeicherten Dingen. Und das stimmt auch. Es gibt zum Abspeichern und Wiederladen von Daten in Calcet-Funktionen, die immer irgendwas mit Storage heißen, also Speicher. Und wir haben hier zum Beispiel Storage Save String, das speichert einen Text unter einem Namen. Und wir haben Storage Remove, das löscht einen Wert aus dem Speicher. Und wir haben Storage Load String, das lädt eben einen Wert aus dem Speicher. Das sind so die drei, die wir meistens benutzen. Und um jetzt eben unsere Notiz abzuspeichern, brauchen wir Storage Save String. Das bedeutet, sobald sich hier irgendwas an der Notiz ändert, nehmen wir die Notiz und speichern sie unter irgendeinem Namen ab. Das ist erstmal so der Plan und das geht folgendermaßen. Die Notiz, den aktuellen Notizeninhalt, kriegen wir unter dem Namen x. Weil wir haben hier dieses Konstrukt mit den geschweiften Klammern. Das ist eine Funktion und solche Funktionen, wo wir nicht extra die Parameternamen angeben, da heißen die Parameter x und y. Und eine Funktion, die wir hier so nutzen mit dem TextArea, die kriegt als ersten Parameter den Text, der gerade im TextArea drin steht. Und man weiß, wenn die Funktion aufgerufen ist, dann hat sich irgendwas geändert. Weil hier steht ja onChange, also nur wenn sich was ändert, soll sich hier auch was tun. Das bedeutet, wir wissen, okay, hier passiert was, wenn sich die Notiz ändert. Und das hier ist unsere Notiz. Ich mache das mal ein bisschen deutlicher, indem ich sage, CurrentNodeContent ist gleich x. Und jetzt sagen wir, okay, wir möchten das hier abspeichern. Abspeichern heißt, wir nutzen die Funktion StorageSaveString. Und wir brauchen hier als ersten Parameter einen Namen, worunter wir das speichern wollen. Meinetwegen, also das ist das Gleiche, was wir auch brauchen, um das Ding wieder zu laden. So ähnlich wie ein Dateiname. Und wir machen hier jetzt zum Beispiel Node hinein. Und dann müssen wir das eben auch wieder angeben, wenn wir die Notiz wieder laden wollen. Und als zweiten Parameter braucht diese Funktion eben, was sie denn abspeichern soll. Und das ist in diesem Fall eben unser aktueller Notizeninhalt. Also CurrentNodeContent. Okay, das bedeutet, wir haben es hier jetzt geschafft, dass diese Zeile unsere Notiz abspeichert. Die Notiz wird also gespeichert. Yay. Und das können wir direkt mal ausprobieren, indem wir die App neu generieren lassen. Das muss ja immer sein, damit die Änderungen auch wirksam werden. Und dann können wir schon mal irgendwas eintippen, was dann hoffentlich gespeichert wird. Also wir können hier die App neu laden, dann hier irgendwas eintippen, was dann hoffentlich, wenn wir die Seite neu laden, gespeichert... Oh, es wurde nicht gespeichert. Das ist schlecht. Allerdings ist es relativ logisch, weil... Ja gut, das, was wir eben gesagt haben, war ein bisschen ungenau. Also es wurde schon gespeichert, nur es wurde nicht wieder geladen, als es gebraucht wurde. Denn wenn wir hier jetzt einmal die StorageLoadString-Funktion nutzen würden, dann käme da sehr wohl unser Notizeninhalt raus, den wir eben genutzt haben. Nur wir setzen ihn halt hier noch nicht ein. Hier kommt beim Start der App immer eine neue Notiz rein und nicht das, was vorher unter dem Namen Node im Speicher abgespeichert wurde. Das wollen wir ändern. Das bedeutet, ganz am Anfang gehen wir hin und sagen, SavedNodeContent ist gleich und dann laden wir den gespeicherten Inhalt aus dem Speicher. Also StorageLoadString-Node. Damit haben wir jetzt den Inhalt, den wir vorher abgespeichert haben, wieder geladen und in dieser Variable zum Nutzen bereit. Und jetzt können wir hier, wo wir den Ausgangstext haben, der also beim Starten in dieses Notizen, in dieses Text-Area hineinkommt, den können wir jetzt einfach durch SavedNodeContent ersetzen. SavedNodeContent. Ich mache hier einmal ein paar mehr Leerzeilen hin, damit das hoffentlich ein bisschen übersichtlicher wird. Und dann haben wir hier jetzt unsere hoffentlich komplette Notizenanwendung, die, wenn wir die Apps wieder bilden lassen, auch die Inhalte tatsächlich abspeichern und wieder laden kann. Wenn wir das jetzt also einmal neu laden, steht hier tatsächlich schon irgendwas drin, also das, was wir eben reingetippt hatten. Und wenn wir hier jetzt meinetwegen etwas ändern, also sagen, hier ist eine interessante Notiz, und wir laden die Seite dann neu, dann bleibt das da tatsächlich auch bestehen, weil es nämlich abgespeichert wurde und wieder geladen wird. Das bedeutet, damit haben wir jetzt ein Notizenprogramm, was tatsächlich eine Notiz abspeichern kann und sie wieder zur Verfügung stellt, sobald man es nochmal neu öffnet. Das ist jetzt natürlich nicht allzu schick und hat nicht allzu viele Funktionen, aber es hat zum Beispiel schon so Dinge wie Unterstützung für helle und dunkle Systemeinstellungen. Das kann ich einmal kurz zeigen, indem ich in die Systemeinstellungen an meinem Rechner gehe und hier den von hell auf dunkel umschalte und wir sehen dann, dass unsere Notizenanwendung auch schön ein dunkleres Design angenommen hat. Also der Text ist jetzt weiß und nicht mehr schwarz und der Hintergrund ist dunkel und nicht mehr hell. Das können wir nochmal angucken, wenn wir das zurück wechseln. Das ist eigentlich relativ eindeutig, was passiert. Und solche Dinge sind eben bei Calcet-Apps Standard, also man braucht sich da keine Gedanken drum zu machen, weil wir haben das ja nicht selbst eingebaut, aber es existiert halt trotzdem standardmäßig und funktioniert halt bei jeder App. Und ja, in den nächsten Videos werden wir dann die App hier ein bisschen erweitern, zum Beispiel mit Unterstützung für mehr als nur eine Notiz oder mit einem Feature, das Notizen zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren kann, was glaube ich auch recht interessant ist, weil das ziemlich simpel machbar ist, aber für dieses Video soll das erstmal reichen.